Wurde schießen, der wird Offroad fahren. Ist jetzt gleich auf Höhe Swartaku, fährt Offroad auf die Gleise drauf. Überhole links. Fährt über die Eisenbahnbrücke, Ausfahrt Swartaku. Überhole links mit Interceptor. Fünfzig, weißt du uns Fartaku? Werte fit an. Fit. Aufroad gesprungen. Fährt weiter. Fährt weiter. Ist jetzt am Swartaku. Ja, Info gelbe Zone. Das Fahrzeug ist dabei, weiterhin auf dem Hügel. Fährt wieder auf die Landstraße drauf. Vom Swartaku die Straße runter. Kommt jetzt an der Fördner Schranke Swartaku raus. Fährt Tauunfall. Fährt weiter. Aufhör bitte den K9 übernehmen lassen. Fluchtrichtung aktuell Offroad zwischen Abfahrt am Swart Gelände und Landstraße Richtung Ölquelle. Jetzt unterwegs Richtung... Ist auf den Bahnschienen wieder. Über die Bahnschienen rüber. Wieder auf dem Palomino Furyway. Diesmal Richtung... Korrektur Richtung Süden. Interceptor hängt sich wieder ran. Kommt lieber alle links, K9. Bitte, äh, Achtung, K9. Ich komm laut auch der Himmel vorbei. Äh, setzt euch mal vor ihn. Macht ihm die... Fährt Offroad. Fährt Offroad. Offroad. Offroad in den, äh, in den, äh, in den, äh, was ist das hier, ausgetrockneten...